Docker-Netzwerke einfach erklärt, um das geht es hier in diesem Video. Docker hat die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich mit Netzwerken zu verbinden, zu konfigurieren, Container miteinander zu verbinden, zu isolieren und viele weitere Möglichkeiten. Und wir gehen in dieser Tutorial-Reihe auf einige davon ein. Beginnen tun wir heute einmal mit der einfachsten, und zwar der Docker-Default-Bridge, der Standard-Netzwerkbrücke, wie diese funktioniert, wie hier Container untereinander kommunizieren können und wie der Aufbau so ist, das Verständnis dahinter. Das ist angelehnt zu dem neuen Docker-Bootcamp-Kurs, den ich veröffentlicht habe in den letzten Monat, also im letzten Monat. Gemeinsam mit Morphos-Tutorial haben wir hier einen Docker-Bootcamp-Kurs auf Utime veröffentlicht, wo du den Einstieg in Docker lernen kannst. Und hier ist das Thema Netzwerk ein bisschen zu kurz geraten und das möchte ich hiermit ausbessern. Und deshalb wird der Kurs auch dahingehend entsprechend erweitert und gleichzeitig kannst du hier auf YouTube auch noch einiges lernen. Jetzt freue ich mich hier, mit dir gemeinsam das Tutorial durchzugehen. Schauen wir uns alles allererstes an, die Grundlagen, die wir dafür benötigen. Zu einem brauchen wir ein Host-System. Ich verwende dafür eine Virtual-Box mit einem frisch installierten Ubuntu-System. Alternativ kannst du auch zum Beispiel einen angemieterten Server nutzen, wie von Netcap. Links dazu ebenfalls unten in der Beschreibung. Die Gutscheine zu Netcap gibt es nach wie vor noch auf meiner Webseite, auch wenn ich Netcap nicht mehr so aktiv bewerbe wie früher, weil leider auch die Preise hier leicht gestiegen sind, wie überall in der ganzen Welt steigen die Preise durch die massive Inflation. Doch beginnen wir jetzt mit dem Tutorial. Wechseln wir einfach mal zu unserer Virtual-Box und starten unsere Ubuntu-Maschine. Sorry, wir sind jetzt hier auf dem Windows-11-System und da starten wir einfach mal unser Ubuntu-System und dann können wir auch schon loslegen. Im Beispiel verwende ich das aktuellste Ubuntu-LTS. Da ist doch kein Docker installiert und das beginnen wir einfach von Grund auf. Am besten ist, du installierst Ubuntu selbst frisch, um das Ganze auch austesten zu können und wenn du es so virtualisierst, kannst du ja ein Snapshot machen und immer wieder zurückkehren. Gut, das System startet gerade und wir schauen uns dann gleich an, welche IP-Adresse wir bekommen haben. Ich logge mich mal hier ein. So, mit IP-A können wir uns ansehen, hier haben wir IP-Adresse, das Loopback-Device Nummer 1 und bei Nummer 2 haben wir ENP0S3 mit einer C0215er IP-Adresse. Das heißt, hier haben wir noch keine Netzwerkbrücke zu unserem Host-System hergestellt. Das bedeutet auch, es ist in meinem Netzwerk nicht erreichbar. Wir haben hier ein NAT-Netzwerk, das eben einfach nur durchmaskeriert wird und das können wir ebenfalls ändern, indem wir die VirtualBox-Einstellung bearbeiten. Wir laden mal das System auf Halt, Shutdown, Minus H, Now und ändern die entsprechende Option. Wir können da auf die Netzwerkoption gehen, bei der Ubuntu-Machine direkt auf Netzwerk draufklicken und dann Adapter 1 sehen wir hier angeschlossen an das NAT und hier können wir an die Bridge-Netzwerkbrücke anschließen. Dann bekommt er eine IP-Adresse genauso wie in meinem Netzwerk und ich kann von jedem Computer daraus aufzugreifen und kann dann auch zum Beispiel auf den SSH-Server drauf mich verbinden von meinem Client aus. Und das werde ich dann auch gleich machen. Ich ändere das und starte hier die Maschine nochmal neu und mein DHCP-Server, mein Modem, gibt dem dann eine interne IP-Adresse von meinem Netzwerk im WLAN. Und schauen wir uns das Ganze an, wie das dann funktioniert. Nämlich, ich kann dann jetzt auf meinen Mac wechseln und dann mit SSH darauf connecten. Das System startet gerade und ich wechsle mal zu meinem Mac und hier sehen wir den Mac direkt und ich probiere mich auf den Ubuntu-Rechner zu verbinden und hier bin ich jetzt auf dem Ubuntu-Rechner angebunden. Schauen wir uns nochmal an, IP-A, sehen wir jetzt hier wieder das Loopback-Device mit 127.001 als auch die interne IP-Adresse ist jetzt keine 10.00-IP-Adresse mehr, sondern eine meiner internen IP-Adressen mit 218 am Schluss. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wir schauen uns mal an, wie wir Docker installieren können. Das geht ganz einfach, sudo apt-install-docker.io Und das geht alles so rasend schnell. Wir können ganze Instanzen darauf aufbauen lassen, ganze Applikationen, die normalerweise einen Haufen an Konfigurationsaufwand benötigen, lassen sich mit Docker eben mit einer einzigen Zeile hier starten und auch schon fertig konfiguriert laden. Wir bestätigen das Ganze mit Ja oder Y, je nachdem, wie das System ist. Und wenn das installiert ist, schauen wir uns das dann ganz an, wie das funktioniert. Nämlich sobald wir Docker installiert haben, erstellt uns Docker auch eine virtuelle Netzwerkbrücke. Was ist damit gemeint? Schauen wir uns das Ganze mal an. IP-A, wir sehen hier, jetzt haben wir nicht mehr nur die zwei Netzwerke, sondern wir haben ENP0-S3, den hatten wir vorhin auch schon mit meiner internen Netzwerkerreise. Und ganz neu ist, wir haben die Docker-Bridge, Docker 0. Standardmäßig haben wir hier 172.17.01 als Netzwerkbrücke, die uns angelegt worden ist. Und dieses Subnet wird auch verwendet in den ganzen Docker-Containern, wenn wir nichts Genaues definieren. Und darum kümmert sich Docker selbst. Hier gibt es keine groben Konfigurationsarten, die wir durchgehen müssen, sondern wenn wir einfach Container starten, dann funktioniert das auch über die Docker-Bridge ganz einfach. Wie können wir uns das Ganze genauer im Detail ansehen? Nun, wenn wir sagen, sudo docker-network-ls, können wir uns ansehen, haben wir hier die Netzwerker-D, und was neu ist, ist der Name Bridge mit dem Driver Bridge. Und der Driver ist im Prinzip so die Art, die Netzwerk-Type. Hier haben wir den Typ Host, Typ 0, und Bridge haben wir eben die Netzwerkbrücke hier, und die anderen schauen wir uns dann in einem weiteren Tutorial dazu an. Gut, jetzt sehen wir noch nicht viel, wir können aber dann jetzt schon die ersten Container starten, und wir können kleine Container nehmen, die heißen zum Beispiel Busybox, und das sind wirklich ganz kleine Linux-Container, die einfach nur zum Testen, hätte ich mal gesagt, da sind, oder wir können auch einen Webserver dazu nutzen. Gut, wie beginnen wir? Nun, sudo, immer mit sudo, wenn wir nicht mit dem Root-Benutzer arbeiten, was wir sowieso in der Regel nicht machen sollten, aber in der Praxis kommt das nämlich viel häufiger vor, als man denkt. Und dann sagen wir einfach sudo run, starte, in den interaktiven Modus, und detached, ein einfaches Minus für die Option, und dann sagen wir rm, der Container soll beim Beenden gelöscht werden, und dann geben wir dem Container auch noch einen Namen. Nun, jetzt können wir uns einen Namen überlegen, und da ich Star Trek sehr gerne mag, beginnen wir einfach mal mit dem Namen vom Captain Picard zum Beispiel, der ja noch immer sehr aktiv ist, und sagen wir wollen das Docker-Image Busybox hier herunterladen und laufen lassen. Jetzt haben wir vergessen, sudo docker run natürlich auszuführen, nicht nur run, und starten das Ganze, und jetzt sehen wir, das Image wird nicht gefunden, und es wird schon vom Docker-Hub heruntergeladen und dann auch automatisch gestartet. Wenn wir sagen sudo docker ps, können wir uns ansehen, wir sehen, aha, der Docker-Container Busybox mit dem Namen PK läuft jetzt seit 6 Sekunden, und er wurde von 7 Sekunden erstellt. Wir haben eine eigene Container-ID benutzt, und machen wir mal ein weiteres, zum Beispiel zum PK gehört ja auch immer ein Stift, das ist die Enterprise, und dann können wir auch sagen, okay, wir wollen aber auch vielleicht dem Kirk mit hineingeben, nehmen auch Busybox weg und geben dem Kirk auch noch, Kirk soll den Engine X betreiben. Gut, wenn wir das jetzt so machen, sehen wir hier, Engine X wurde nicht gefunden, und er ladet sich automatisch das vom Docker-Hub herunter, sudo docker ps, sehen wir jetzt alle drei Container untereinander, wir sehen hier im Image Engine X, Busybox, und auch der Engine X Container, der hat auch einen Port, Web-Server-Port 80, hier auf TCP, also Kirk hat eben den Web-Server auch hier bereitgestellt. Bis jetzt haben wir jetzt noch keine Netzwerkkonfigurationen gemacht, haben alles Docker überlassen in den Standardeinstellungen, und mit jedem Container, den wir eben erstellen, legt Docker uns auch ein virtuelles Interface an, wie bei einem Netzwerkswitch können wir uns das hier vorstellen, der sich eben an die Docker-Brücke anhängt. Wie kann man sich das in der grafischen Methode vorstellen? Ich habe da mal eine Grafik auch vorbereitet, und die Grafik sehen wir jetzt hier, und hier sehen wir, dass in der Regel hier der Docker die Bridge ist, wir haben hier das Web, dann haben wir hier den normalen Modem, den Router, den Switch, dann mein PC, der hier läuft, dann hier der Windows-PC und der Virtual Box, wo Ubuntu draufläuft, und Ubuntu hat die IP-Adresse, meine Internet-IP-Adresse von ENP0S3, und da hängt sich die Bridge, die Docker-Null-Bridge an, hier eine 172er-Netzwerk-Adresse, und jedem der Container, die ich erstellt habe, da geht es eben dann hoch, da hat jetzt zum Beispiel PK, weil wir das als erstes erstellt haben, die 2er bekommen, dazu gibt es im Container eine ETH-Null-Schnittstelle, als auch ein virtuelles Netzwerk, die Enterprise hat 0.3 bekommen, und der KERG 0.4, und im Prinzip jeder dieser Einzelnen geht direkt auf die Bridge und hängt sich quasi wie ein Switch auf den eigenen Netzwerkkontroller an. Ja, schauen wir uns das Ganze an, wie das Ganze aussieht, wenn wir uns das ein bisschen anzeigen lassen wollen. Wenn wir nochmal IP A eingeben, sehen wir hier schon viel mehrere Einstellungen, wir sehen jetzt hier das V-Ethernet mit dem jeweiligen Docker betreffend dazu, in den verschiedenen Varianten, und dann sehen wir eben, hier sehen wir jetzt keine IP-Adressen, die IP-Adressen, die sehen wir dann innerhalb des Docker-Containers, beziehungsweise können wir das auch inspizieren, die Bridge, indem wir zum Beispiel auch sagen, Bridge-Link, können wir uns anzeigen lassen, wer ist mit der Bridge verbunden, wer hat auf diese Bridge angedockt, sind hier die drei V-Ethernet und dann können wir sagen, sudo docker inspect bridge, wir wollen uns die Bridge genauer inspizieren und da sehen wir dann schon, okay, hier haben wir den PK, der PK hat die IP-Adresse 1702, dann auch der Kirk hat 1704, den haben wir als letztes angelegt und die Enterprise 1703 und hier sehen wir eben 234, diese IP-Adressen wurden automatisch von Docker hier übernommen und zugeteilt. Docker läuft auch eine Art eben DHCP-Server, der die IP-Adressen eben dann automatisch immer vergibt und diese können wir uns eben dadurch auch anzeigen lassen. Zudem kümmert sich Docker auch um die DNS-Auflösung, indem es vom Host-System, die etc.resolve.conf übernimmt und dann dementsprechend dem Docker jeweils zuordnet, sodass wir dann auch eine DNS-Auflösung innerhalb der Container haben. Wie können wir auf einen Container jetzt zugreifen? Nun verbinden wir uns einfach mal mit der Enterprise, der Busybox und versuchen einen anderen Container dann anzubringen. Das geht mit docker sudo, also sudo docker exec minus interaktives Modus Enterprise und dann wollen wir eine Shell haben und jetzt sehen wir hier auf der Shell. Wir können jetzt sagen, wir wollen pingen, also wir sind jetzt hier in der Enterprise, wir pingen einfach den Kirk an, haben hier die IP-Adresse 192.17.4 und der Docker-Container ist erreichbar. Genauso wie der PK ist erreichbar, das heißt die Enterprise kann alles erreichen, was wir gerade erstellt haben. Wenn wir uns das Netzwerk hier drinnen ansehen, sehen wir hier eth0 und hier sehen wir dann auch die IP-Adresse des Docker-Containers, der hier zugange ist. Und wenn wir weiterschauen, wir können mit ping 888 zum Beispiel den Google-DNS auch pingen, der ist auch erreichbar und wenn wir sagen google.com, auch google.com ist über die DNS-Auflösung erreichbar und zeigen wir uns mal an, die IP-Route, dann sehen wir hier, dass der Default-Route die Docker-Bridge ist mit 12701 haben wir da die Bridge und da arbeitet eben Docker so, dass es eben im Prinzip ein NAT-Masker-Reading macht und die ganzen Container durchschleifen lässt, sodass die extern auf das Internet zugreifen können, solange wir da nichts gezieltes einstellen. Und umgekehrt sieht es natürlich dann auch nicht so aus, das schauen wir uns gleich an, weil wir haben ja uns noch einiges anzusehen. Wir haben ja einen Web-Server gemacht und ist der Web-Server von meinem macOS-System jetzt aus erreichbar, den wir hier gestartet haben? Kann ich Kirk erreichen über meinen Web-Browser? Was glaubst du? Ja oder nein? Stehe mir jetzt ab, indem du einfach einen Kommentar da lasst und denkst, warum ist er erreichbar oder warum nicht? Weil das zeige ich dir jetzt gleich. Schauen wir uns das Ganze an. Also ich mache mal hier den Kirk, der Web-Server, der hat die IP-Adresse 17204. Ich eröffne mal ein Browser-Fenster und versuche mich darauf zu verbinden. Und wir sehen hier nicht erreichbar, warum ist das so, was ist da passiert, wie es aussieht, ist der Web-Server nicht lauffähig oder nicht, wie können wir das überprüfen? Also das hat damit nämlich nichts zu tun. Ich gehe mal hier wieder raus aus dem Container und bin jetzt hier wieder auf mein Ubuntu, sudo docker ps. Wir sehen hier, alle drei Container laufen noch, auch der Web-Container, aber der ist nicht von extern erreichbar, auch nicht über die Netzwerkbrücke, sondern wir müssen nämlich dem Host-System, den Port 80, weitergeben an den Docker-Container und das ist das i-Tüpfelchen, das wir hier machen wollen. Wir sehen hier zwar, es gibt den Port 80, der zwar erreichbar ist in dem Docker-Container und der funktioniert dann auch, wenn ich mich jetzt auf den Kirk verbinde und hier kann ich die Bash nutzen, kann ich sagen curl localhost und kann hier meine Ausgabe welcome to nginx abrufen, das heißt hier sehe ich mit einer curl-Abfrage, also einer Web-Browser-Abfrage, dass nginx läuft und eine Antwort gibt, doch er kann die Antwort nicht extern geben, weil die Netzwerkbrücke, weil die Netzwerkbrücke eben hier nicht davon weiß, welcher Port 80 an die Haupt-IP-Adresse durchgeroutet werden soll. Das soll dann im Prinzip so aussehen, dass Kirk Port 80 auf den Port 80 vom Host-Computer weitergeleitet wird. Wie machen wir das? Nun dazu müssen wir den Docker-Container redeployen, das heißt stoppen und mit einer neuen Option neu starten. Wie funktioniert das jetzt? Gut, sagen wir sudo docker stopkirk und wir beenden diesen Container. Natürlich, wenn wir Daten drauf haben und die sind nicht persistent in einer eigenen Volume gespeichert, sind die Daten dann auch weg, sobald wir das mit dem RM-Befehl auch starten. Und jetzt nehmen wir den Befehl mit Kirk nochmal her und sagen nicht nur minus minus RM, sondern wir sagen auch noch die Option minus P und dann routen wir das Port 80 weiter auf den Host Port 80. Das heißt, von internem Port auf den externen Port des Hosts soll es weitergeroutet werden und starten den Container jetzt einfach nochmal so. Schauen wir nochmal an Docker PS. Der Container läuft jetzt wieder mit vier Sekunden und wir sehen hier Port, die IP-Adresse, jede IP-Adresse von Port 80 soll weitergeleitet werden auf den internen Port des Docker-Containers. Und wenn ich jetzt wieder in meinen Browser hineingehe und hier Run-Reload-Duo durchführe, kommt auch mit der Docker-IP-Adresse natürlich nichts zustande, weil wir haben jetzt die IP-Adresse des Netzwerks des Hosts und auf die wollen wir dann zugreifen. Das heißt, wenn wir nochmal schauen, IP A, sehen wir, die Host-IP-Adresse ist 218 und wenn ich die jetzt hier eingebe, sehen wir, Engine X, der Docker-Container von Kirk, läuft jetzt hier direkt auf der IP-Adresse von der Ubuntu-IP-Adresse und nicht vom Docker-Container. Das heißt, hier haben wir die Port-Weiterleitung vollständig gemacht. Das sieht dann im Prinzip so aus, wenn wir uns das Ganze hier in der Grafik nochmal anzeigen lassen, dass wir hier eine Port-80-Weiterleitung haben und diese Port-80-Weiterleitung, derer haben wir gesagt, gehe weiter nach oben, gehe zu der 280 und öffne dort den Port-80 und gebe die Daten weiter. Und wenn ich jetzt von meinem PC aus darauf zugreife, auf die Port-80, dann geht das Ganze natürlich auch rückwärts und erholt sich dann die Daten direkt von unten ab, vom Docker-Container ab und gibt die Daten dann durch. Das heißt, so haben wir die Möglichkeit, das Ganze eben weiterzuleiten mit der Port-Weiterleitung. So sieht das Ganze dann im Prinzip aus. Und so können wir das Ganze auch austesten, ein bisschen uns damit rumspielen und das wäre die Default-Bridge, mit der Docker arbeitet, so dass die Docker-Container auch untereinander sich vernetzen können und auszuhalten können. Doch das Wichtigste dabei ist, in der Produktionsumgebung, in der Default-Umgebung, sollten wir eigene Netzwerke machen, benutzerdefinierte Netzwerkbrücken, mit denen wir dann arbeiten können. Denn wer in der IT arbeitet, weiß, wie wichtig es ist, Sachen zu isolieren voneinander, alleine sicherheitstechnisch, so dass ein Docker-Container nur auf bestimmte zugreifen kann, die auch damit wirklich zu tun haben. Das heißt, wenn wir eine Isolierung haben, dann wäre dieses ganze Netzwerk hier ein Netzwerk und wir könnten dann ein zweites benutzerdefiniertes Netzwerk machen, das zum Beispiel heißt WordPress und dann eben ein eigenes, Docker-fähiges Netzwerk haben, das mit WordPress hier arbeitet und hier könnten wir uns dann unsere verschiedenen Docker-Container laufen lassen. Aber dazu mehr später in einem weiteren Video, das ich hier veröffentlicht werde. Wenn du bis jetzt drangeblieben bist, vergiss nicht, den Abo-Button dazulassen, dass du auch weitere Videos nicht verpasst und würde mich auch freuen, wenn du in die Discord-Server joinst, um mit uns zu chatten und über alltägliche IT-Dinge zu diskutieren. Und nicht vergessen, auch meinen Kurs vielleicht mal kurz reinschnuppern, ansehen, vielleicht gefällt er dir ja und du lernst vieles mehr über Docker, Docker Swarm und Broadband und Linux im Allgemeinen. Jetzt viel Spaß noch auf meinen Kanal und bis zum nächsten Video.